Dann ist es die Verzweiflung, die uns hierher gebracht. Verzweifelt bin ich nicht. Nur rachedurstig. Ja, und? Gibt's denn ein Opfer deiner Rachedurst? Ein Opfer? Ein Opfer bin ich selbst. Von einem jungen Mann. Ein Jedermann ist mühelos ersetzbar durch einen anderen. Du glaubst doch nicht, dass ich so einfach mich geschlagen habe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020